Heyo Leute, ich bin mal wieder am Start und heute spielen wir mal wieder Five Nights at Freddy's 3, Folge 2. In der letzten Folge sind wir etwas abgekratzt. Ein wenig. Wir sind immer noch nach 2, weil ich nicht checke, wie der Typ funktioniert. Also ich darf ihn nicht hierhin locken, ich muss ihn am besten hierhin locken, oder? In diesem Raum ist perfekt, richtig. Ich muss immer gucken, wo er ist, ganz wichtig. Kameras, da ist er jetzt. Okay, er ist jetzt in diesem Raum. Ja? Alles, nichts Ventilation, alles gut, super. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich von Falk schon gemacht habe, aber dieses Spiel ist sehr seltsam und schwer. Es soll sehr schwer sein. Er ist einfach in diesem Raum. Warum bist du in diesem Raum? Gebe ich wieder zurück in diesem Raum. Weil der andere Raum ist viel cooler. Habe ich so gehört. Ja, wer ist wieder in diesem Raum? Bleib am besten in diesem Raum. Audio-Ära. Kein Problem, Bruder. Fixen wir das ganz kurz mit Control-Chalk. Also mit einem Audio-Device. Äh, fix. Fix, fix. So, ganz schnell gucken, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo ist er? Wo ist er denn? Ist schon irgendwo... Da! Ich seh ihn, ich seh ihn, da, 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 da. Was ist das für eine Pose? Hier, zurück in dir. Bitte, hörst du es? Gehört? Ja, da hinten. Da ist er. Er ist hier in dem Raum. Hier. Hier oben willst du hin. Da habe ich vorher das coole Spielzeug gesehen. Oh, fuck. Alles. Zwei morgens schon, immerhin. Immerhin gehen die Nächte schnell durch. Was? Nein, nein, nein. Alles gut, ich reparier doch schon Ventilation. Halt doch die Klappe. Wo ist er? Was zum Fick, was war das? Was, was war das? Was war das? Wo ist er? Oh, fuck. Ich habe ihn verloren. Nein, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Hello. Bleib da, bleib da. War's gut? Nichts, hier. Ich habe immer Angst, wenn ich hier in mein Office gehe, dass er auf einmal irgendwas ist. Er ist jetzt hier. Dann gehen wir wieder zurück, kleiner Junge. Nichts, da. Cool. Na, kleiner. Na, wie geht's hier? Hast du einen Spaß? Lebst du da? In dem Raum ist auch der tollste Raum eigentlich, oder nicht? Bleib mal drinnen. Das ist der schönste Raum. Cam 09, Leute. Schönste Raum im ganzen Spiel. Cam 09. Er ist da ganz hinten. Das heißt, ich muss ihn hier sehen. Tue ich aber nicht. Super. Tolles Spiel. Nicht zum Gepärm. Super. Was? Hallo? Ah! Warte, warte. Nein! Scheiße! Nein, Ventilation! Nein! Nein, fuck, da kommt, da kommt, da kommt! Sch, sch, sch. Alles gut. Beruhig dich. Beruhig dich. Luft, Luft! Sch, sch. Fuck, 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 fuck. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Audio Error. Nein, fick dich. Ist er hier? Ey, weh, der kommt jetzt durch die Corner. What the fuck? Das war Phantom Balloon Boy. Phantom Balloon Boy. Phantom Baby. Phantom Bitch Boy. Er ist im Raum. Er ist im Raum, Leute. Nice. Nice. Ich bin tot. Er ist im... Ja. Er ist im Raum, Vent. Ich bin tot. Hi, kill me. Kill me. Da hinten, da hinten ist ein cooles Sound. Ich hab da was cooles gehört. Bitte geh da hin. Bitte. Bitte geh da hin, dass was cool ist. Das was voll cool ist, glaubt mir. Glaub mir, dass was cool ist. Wallah. Wallah. Ich scherche euch kohleisch. Dann wird's vielleicht... hier hin. Gefällt dir der Raum besser? Hallo. Hallo? Oh nein. Er ist hier, oder? Er ist immer noch hier, oder? Oh, du Error. Ich werd nicht rausgucken. Ich werd sonst sterben. Ich kann kein Audio spielen, wo ist er? Das ist 4 Uhr morgens. Ich schaff das nicht. Er ist hier. Ja. Kill me. Heiß. Hä? Er war doch gerade rechts. Warum ist das Spiel so schwer? Was zum Teufel mach ich bitte? Was mach ich bitte falsch? Erklärt mir das bitte jemand. Ich bin voll schlecht in dem Spiel. Ich bin, glaub ich, der schlechteste Let's Player auf der ganzen Erde bei diesem Spiel. Was zum Teufel? Er ist da. Dann geh bitte hier hin. Wir machen es schon mal. Ähm, das hier zu. Obwohl, nein, das hier. Das hier. Da ist er bestimmt gewesen. Hier so durch. Er war direkt hier. Das, glaub ich, was ist passiert. Wo bist du? Geh bitte in diesem Raum. Das ist wunderschön, hab ich gehört. Ist richtig toll. Ist nicht hier unten? Nein. Ey, diese Phantom Ballouma, glaub ich, alles kaputt gemacht. Kann das sein? Wo bist du erst wieder hier? Ich hab doch noch gesagt, hier in den Raum. Oh, die Ära, super. Aber seht ihr das, Leute? Ich hab jetzt Licht, weil ich das nicht erwähnt hab. Ich hab das seit irgendwann Ende FNAF 2 gehabt, das Licht. Und jetzt hab ich's immer noch. Hey, ihr wolltet Licht. Bleibt dir. Oh, hi. Was? Nein! Ich bin tot. Fuck. Wie kann er denn schon bei mir sein? Ich hab doch hier zugemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Der kann hier gar nicht sein. Ich hab zugemacht. Hier. Der war bestimmt hier drin, oder? Bitte sag mir, ich hab's geschafft. Also, ich hab ihn abgeblocken können. Ey, das ist ja voll schwer. Wieso? Wie? Wo? Was? Hä? Why? Geh zurück in diesem fucking Raum. Du wirst jetzt da nicht die ganze Nacht bleiben. Geh zu... Geh zurück! Leute, warum ist dieses Spiel so schwer? Ich zackel nach zwei. ZWEI. Es gibt sieben Nächte, oder so. Und ich zacke nach zwei. Nacht ZWEI. Ach so! Der ist hier oben durchgekommen. Weil ich den hier die ganze Zeit gehalten... Ach so! Ah! Köpfchen mal anmachen, Mike. Ja, das macht natürlich Sinn. Okay! Ja, dann hab ich's doch jetzt. Dann weiß ich doch, wie es geht. Dann muss ich auch immer gucken. Weil hier sehe ich ja zum Glück auf dieser Karte, wo... Das ist ja... Ja, ja, genau. Wo ist er jetzt? Bleib am besten im Raum. So, als nächstes Mal, wenn er ein Band ist, ist er wahrscheinlich hier. Er ist hier so durchgekommen und ist dann direkt hier an diesem Ding gewesen. Da ist er. Da ist er. Dann kann ich noch kurz in Ruhe lassen. Ja, passt. Ich hör ja eigentlich, wenn er ein Band ist, ne? Fuck. Dankeschön, ich wollte kein Minecraft starten. Ups. Jetzt muss ich kurz den Minecraft Launcher schließen. Okay, sorry guys. Sorry. Das ist halt kein Vollbildmodus. Nein! Minecraft Launcher, bitte. Bitte Minecraft Launcher. Dankeschön. Video-Error. Nichts ist hier. Camera-System. Restart-System. Blitz. Schella! Dankeschön. Niemand da. Super. Hallo. Kommt er näher? Ist er irgendwo bei mir? Kannst du bitte hier hin rein? Wo ist er? Alter, meinst du da? Mein Gott, schließt sich immer noch nicht. Ventil-Lächeln-Error. Mein Gott, bitte schließt sich. Das ist ein cringe. Ähm. Ja, ich hab's auch irgendwie auf der Tasche. Ich weiß nicht warum. So. Ähm. Er ist in diesem Raum. Er ist in diesem Raum. Nice. 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 Okay, vorhin als Phantom Balloon Ball da war, also das erste Mal hab ich ihn irgendwie direkt erweiten können. Ich hab einfach weggeklickt. Hat geklappt. Scheiße. Ich glaub, wenn er da ist, muss ich einfach nur ganz schnell aus der Kamera gehen. Oder irgendwie in eine andere Position anschauen. Oder ihr wisst, was ich meine. Muss einfach. Ich darf einfach nicht. Ich wollt grad sagen, ich bin grad im Vent. Ich hab grad gesagt, er wird im Vent. Lul? Na du? Hi. Da ist er. Okay. Alles gut bisher. Wir machen heute Nacht 2 und 3. Hundertprozentig. Ich werde aber nach dieser Nacht kurz aufhören. Oh mein Gott. Bitte mach's nicht noch mal, Bibi. Baby. Okay. Aber ich glaube, von Nacht zu Nacht kommen immer mehr Phantoms. In meinem Game. Oh Gott. Wo ist er? Wo ist er? Verdammt. Ist er schon weiter? Oder ist er wieder hier? Er ist wieder hier. Okay. Manchmal ist er irgendwie unsichtbar, hab ich das Gefühl. Manchmal ist er irgendwie unsichtbar, hab ich das Gefühl. Kann das sein? Oder was? Er ist ein Vent. Ja. Yes. Diesmal nicht. Hab ich dich. Ha. Nicht mit mir. Ich hab dich ausgetrickst. Da, da ist er. Was? Nein. Ventilächen. 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 Und wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ffff. 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 Grafit atmen. Super. 4 Uhr morgens. Das schauen wir. Geist. Das schaffen wir. Einfach ihn die ganze Zeit in diesem Raum halten. Das war's. Oder? Passt diese Taktik? Einfach hier zumachen. In diesem Raum halten. Und dann immer wieder gucken, dass nichts kaputt geht. Richtig. Habe ich das richtig verstanden, Geist? Wo ist er gerade? Kann er bitte kommen? Hi. Hi. Ich glaub von Nacht zu Nacht wird's auch immer schwerer, den Fatuma auszuweichen. Kann, vermute ich jetzt einfach mal. Ich hab keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut mit dem Spiel aus. Das ist das Spiel, wo ich mich am wenigsten auskenne. Neben FNAF 4. Ja. Da hab ich jetzt den nächsten, äh, mein Spaß mit auf jeden Fall. 5 AM. Guys, es ist 5 AM. Wir schaffen das. Wir schaffen heute beide Nächte. Da bist du. Du kommst ja zurück in diesem fucking Raum. Audio Error. Deine Audio ist wieder kaputt. Dein Nagel neuer. Audio Error. Ich sage Audio Error. Dann hab ich irgendwie. Das soll ich sagen wollen, dann hat sie komisch gemacht. Sorry guys. Hi. Sorry guys and girls. Wo bist du gerade? Was? Nein. Hi. Wo bist du? Wieso? Was? Wieso? Wie? Hä? Egal. Fick dich. Ich hab's geschafft. Wo war der? Ein Minigame. Na komm. Oh, das war schön mit Bonny. Ja. Ja, okay. Ich kenne die Minigames. Follow me. Ich hab jetzt erwartet, dass man irgendwie Shadow Bonnie sieht, dann Shadow Chica oder so. Ich hab keine Ahnung. Wär irgendwie cool gewesen, aber man sieht immer noch Shadow Freddy, wer ist das eigentlich? Ich weiß nicht. Da liegt Freddy tot. Freddy was geht Kumpel? Aaaaahhhh. Puppelgeiler. Das ist ein getötet. Lila Mann. Puppelgeier. So. Kurze Kart hier. Bis gleich. So, normalerweise würde ich ab diesem Punkt euch die ganzen Minigames zeigen. Weil es gibt in jeder Nacht, gibt es ein paar Minigames. In der zweiten Nacht gab es zwei. Deshalb hab ich eigentlich die zweite Nacht sogar neu gemacht, um euch dieses Minigame gerade im Hintergrund sehe zu machen. Aber ich werde das alles rausschneiden, denn ja, den Grund hätte ich noch nicht sagen. Ihr werdet in Folge 3-4 erfahren. Ich sage aber noch nichts dazu. Ich werde nur sagen, dass ich die ganzen Midi-Games erstmal rausschneiden werde. Falls da dann irgendwann manchmal irgendwelche komischen Cuts sind, dass ich irgendwas vorher gesagt habe und dann kommt das so komisch an, wenn ich auch immer in die nächste Nacht reingehe. Ja, dann tut es mir auf jeden Fall Bescheid. Und ja, dann sehen wir die Mini-Games in der nächsten Folge. Ne, vierte Folge, vierte Folge sehen wir in die Mini-Games. Egal, ich spoiler nicht. Viel Spaß mit dem Video. So, und dann spielen wir ganz normal Nacht 3 durch. So, ich habe das Spiel natürlich noch gestartet, weil sonst der Telefon-Guy nicht aktiv war. Ja, direkt in der Taktik anbinden. Hast du hier? Wo? Ich habe gesehen, wie der da ist. Okay. So, weil der da labert. Was, ist er schon wieder hier? Hier. Ach, der ist da. Nein. Audio-Error. Ach, ich darf ihn gar nicht in den Raum locken, weil das ist ein Raum, wo er mich easy peasy bekommen kann. Kacke. Hätte ich erst früher gewusst. Ja, ich bin nicht vertraut in das Spiel, Leute. Verdammt. Oh nein. Wo ist er? Da, da ist er. Da war er gerade. Ganz hinten. Jetzt ist er hier. Super. Nice. Perfekte. Perfekte Elektro. Video-Error ist mir egal. Ich hatte, by the way, in der zweiten Nacht vorhin, das Problem, dass ich ihn gar nicht gehört habe, weil es in Band war. Ich habe ihn nur ganz, ganz leicht gehört. Aber normalerweise hört man ihn sofort und klar, wenn er im Band ist. Habe ich aber vorhin nicht. Seltsam auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, er ist am Band. Oh, fuck. Aber hoffentlich in dem Band, den ich zugemacht habe, weil sonst bin ich gefickt. Falls er in dem Band ist. Ich hoffe, er ist in dem Band, wo ich es zugemacht habe. Falls er überhaupt irgendwo ist. Warum ist er nicht mehr zu? Hä, ist doch hier. Spiel? Er ist genau hier. Warum machst du mir diese komische Atmosphäre, wenn er noch direkt da ist? What the fuck? Okay. Ich ignoriere dich am besten. Ich sehe ihn immer noch. Egal. Ich hoffe, ich muss ihn einfach nur ignorieren. Das ist Phantom Freddy, Leute. Ich glaube, es war Phantom Freddy. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Lässt du mich in Ruhe? Darf ich jetzt nicht mal nach links schauen? Oder wie sieht es aus? Oh, kacke. Hi. Lässt du mich in Ruhe? Okay. Irremorn. Sorry. Der Cringe muss natürlich bei mir immer sein in meinen Videos. So, nach drei mal auf jeden Fall erstmal eine Pause von dem Spiel. Der. Es muss sagen, es ist gruseliger, als ich dachte, das Spiel hier. Aber es ist trotzdem... nicht so gruselig, um ehrlich zu sein. Tatsächlich. Nein. Dich sehe ich nicht. Was, wo ist er? Ich habe zugemacht. Was willst du spielen? Er ist wieder hier. Warum macht das Spiel manchmal diese Geräusche? Ach, Freddy ist hier. Ach so. Fred Boy. Einfach ignorieren. Hi, Fred Boy. Da guck mich an. Da guck... Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Aber Fred Boy hat mich gerade angeschaut. So gemacht so. Tut mir leid, falls ich es nicht gesehen habe. Ob... Wegen meiner Facecam oder so, weil die halt jetzt im Weg ist. Das kann ich jetzt gerade im Moment auch nicht wirklich ändern. So, aber ihr seht es schon. Jetzt haben wir zwei Gegner. Jetzt haben wir Phantom Balloon Boy und Phantom Freddy. Soweit ich weiß, gibt es noch drei weitere. Wahrscheinlich werden die nächsten Nacht zwei aktivieren und die letzten Nacht noch einer. Es gibt keinen Bonnie in dem Spiel. Dafür gibt es halt Springtrap, was so eine Art Bonnie ist. Ist auch ein Hase irgendwie. So, 4 Uhr morgens. Ich habe das Gefühl, ich schaffe, dass es... Der Fat Boy. Da. Sieht man es? Er guckt mich an, hat es gesehen. Ich glaube, wenn ich ihn auch angucke, während er mich anguckt, dann bin ich am Arsch. Ich glaube, dann... Man sieht es nicht, aber er guckt mich gerade an. So, ich warte kurz, bis er weg geht? Hello. So, ist er jetzt weg? Ist er weg? Ja, ich hoffe, er ist weg. So, ich glaube, wir ihn auf jeden Fall nicht angucken. Okay, super. Ich versuche, die Jumpscares zu vermeiden. Hätte ich jetzt keine Ahnung vom Spiel, hätte ich die wahrscheinlich alle gesehen. Das ist ein Band, oder? Ich habe irgendwas mit Band gehört. Ach, Audio, erroire. Ich kann mir mal reden, ey. Ich dachte, der Ruden hat geholfen. Guten Tag, Springtrap. Wollen Sie vielleicht in meine Trap? Ich bin auch so eine Trap, weißt du? Was ist er hier? Ja, wer ist da? Dann komm mal wieder zurück in den Raum. Okay? Ventilation Error. Alrighty, mighty. Wir werden sowieso am Ende des Spiels auf jeden Fall alle Jumpscares gesehen haben, denke ich mal. Warum, warum Error? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist ein... Ja, soweit ich weiß, es ist ein Bug, dass das manchmal passiert, obwohl man die Errors alles richtig gemacht hat. Manchmal kommt es einfach trotzdem. Keine Ahnung. So. Ich glaube, ich habe es sogar ein First Try, weil ich jetzt das Spiel anscheinend verstanden habe, weil ich es super finde. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe absolut kein Problem mehr, weil ich zumindest weiß, was ich machen muss. Freut mich. Da gehen die ganzen Fails wieder weg. Ich mache alles wieder gut mit. Was? Video Error? Egal, ich habe es geschafft. Yeah! Springer kann mir gar nichts. Und Freddy... Dies sehen wir noch, Freddy. Keine Sorge. Seien Sam's gesehen wir noch. So, jetzt ist es erst mal Chica an der Reihe geschl... Getötet zu werden, denke ich mal. Kannst du mit nach rechts gehen, Chica? Bist du so langsam? Ich folge dir doch. Oh nein, ich kann nicht rein. Oh, ihr seid meine Freunde hier. Na, wie geht's? Ah, der Bell... Der so, gib mir den Cupcake. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, irgendwie, dann lasst uns eine positive Erfettung da. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Hau rein. Und ciao, Leute.